moin zusammen und willkommen an einem sonnigen tag hier auf dem kanal schwungvoll wie autark kann man denn bitte sein wenn man in einer mietswohnung wohnt und nur ein balkon kraftwerk installiert ja ihr seht hier meine alten flexible module die vorher montiert hatte habe ich abmontiert weil ich habe mir gedacht da muss doch mehr gehen ja und wenn man so ein bisschen merkt dass da was geht dann will man alles haben und da habe ich mir gesagt jetzt gucken wir mal was tatsächlich möglich ist wenn euch das interessiert wie man mit vier solarmodulen und 1780 watt peak also fast 1,8 kilowatt peak das ganze möglichst autark bekommt in einem in einer mietswohnung da bleibt dran nach dem intro geht es sofort weiter und ich zeige euch genau wie es vielleicht möglich ist das ist es was ihr hier seht das ist das neue anker solarbank 2 pro modell mit vier integrierten mppt-treckern und einem eingebauten 1,6 kilowatt stunden speicher aber das reicht ja nicht überbezahlter busfahrer da oben das reicht ja nicht deswegen habe ich da noch was eine 1,6 kilowatt stunden speichererweiterung für die solarbank ja das ganze das tüftel ich jetzt mal zusammen dann richten wir es ein und dann kommt eigentlich das eigentliche highlight wenn das dann soweit läuft habe hier um mich herum von diesen 435 watt bifazilen glas modulen vier stück 1234 blende dass man eben kurz ein wie das dann aussieht es ist ein bisschen eher geworden hier auf dem balkon aber ich möchte ja wissen was geht also habe ich jetzt deswegen brauche ich ja die pro mit den vier eingängen vier große module und firma 435 sind 1600 1780 watt peak christian natürlich nie gleichzeitig aber schön gleichmäßig über den tag verteilt deswegen habe hier so eine leichte südausrichtung west-ost west-ost sorry und somit will ich also das ist die idee so viel sonne wie möglich über den tag verteilt einfach mitnehmen und wie das funktioniert das gucken wir uns jetzt an ich schließe jetzt erst mal an und dann geht es gleich sofort in die einrichtung mit der app maximal einfach ich zeige es euch so wie ihr seht seht ihr noch gar nicht viel also hat so ein aufkleber drauf jetzt sieht man ab sondern es bringt sie nämlich schon und das heißt wir sind eigentlich schon fertig zum einrichten will aber vorher noch die speicher weiterung aufbauen und das ist so simpel müssen gummi das entfernt ihr dann habt ihr dann habt ihr dann habt ihr unter der solarbank hier unten ist ein pinökel den zieht ihr raus zieht hier das hier raus beiseite legen dann nimmt ihr den riesen ding hier und das war's schon wie ich natürlich einiges weil das muss man wissen das ganze system hier das ist kompletten aluguss ja also das ist wirklich massiv hinten auch massive kühlrippen das ding ist frostbeständig bis minus 20 grad das müsst ihr euch mal auf der zunge zergehen lassen sollte der akku natürlich ab 0 grad etwa ein bisschen wärme gebrauchen dann nutzt das system die energie über die paneele zuerst um den akku vor temperieren schwieriges wort und wenn der akku dementsprechend temperiert ist dann würde erst geladen clevere lösung wir machen uns mal ans einrichten so als erstes ladet ihr euch natürlich die anker ab hinunter das habe ich schon mal getan und da ich vorher schon ein system hatte und anker noch mal richtig der wendung zum alten gerät wurde getrennt ein gerät hinzufügen ihr seht jetzt hier sofort die solarbank 2 1600 pro warum 1600 dass die speichergröße 1,6 kilowattstunden wie gesagt die vier mppt trecker jeweils mit 600 eingangs leistung in summe also maximale eingangs leistung von 2,4 kilowatt peak ich habe 1,8 so ein bisschen luft so ist klicken wir mal hier drauf näher ans gerät bringen und das ist tatsächlich ein guter rat der braucht natürlich ein bisschen nähe so mein wlan hat er sich schon geholt jetzt scannt er das ganze hier wlan erfolgreich verbunden so jetzt könnten wir home gerät hinzufügen internet of things iot interaktion es gibt natürlich auch smart plugs führt das ganze system hier und diese smart plugs die könnt ihr zum beispiel von der spülmaschine hängen vor euer entertainment system von den herd und dann hat er hier dementsprechend maximale also er kann sich darauf einstellen wenn es plötzlich strombezogen wird was das so geht es gibt aber was besseres das machen wir jetzt mal hoffentlich also wir machen erst mal das firmware update ihr seht er hat den zusätzlichen akku sofort erkannt und wir fahren jetzt einfach mal die update dazu legen und lassen ihn mal eben in ruhe hat mir gedacht wenn er sich schon seine update zieht dann kann ich euch mal eben auch was noch zum ganzen system hier erzählen also natürlich maximal spritzwasser geschützt mit ip 65 die ganze verkabelung und auch die solarpanel ip 68 ist noch eine klasse höher das heißt ihr solltet natürlich mit dem akku jetzt nicht baden gehen so in summe jetzt 1,6 kilowattstunden für die solarbank zwei pro und für das upgrade kit unten für den speicher noch mal 1,6 kilowattstunden sind in summe 3,2 kilowattstunden die ich jetzt hier als speicher habe und was das schöne ist die solarbank zwei pro die hat hier an der seite tatsächlich eine richtige steckdose da bekommt ihr im fall der fälle also wenn es jetzt jemand stromausfall gibt oder so weiter dann zack das ganze system abkoppeln der speicher ist gefüllt und hängt zum beispiel ihre tiefkühltruhe dran um dann eben mit 1,6 oder 3,2 kilowattstunden den stromausfall zu überbrücken und dementsprechend habt ihr dann halt die möglichkeit dem schlimmsten vorzubeugen also hier die steckdose kann übrigens 1000 watt ausgangsleistung maximal bringen finde ich schon ganz ordentlich für so ein kleines system natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit einem elektroauto aber trotzdem 1000 watt dafür läuft so ein kühlschrank recht lange also die haben natürlich nicht mehr annähernd so viel eher die ich dann halt deutlich höher dann müsst ihr mal die mikrowelle nutzen so ansonsten ist das system habe ich schon erzählt hat einen vierfach mppt tracker integriert das ganze gekühlt hier mit riesigen kühlrippen wirklich eine passiv kühlung keine aktiv kühlung und modular aufbaubar das sind jetzt wie gesagt das erste modul ihr könnt es so weit aufrüsten dass ihr tatsächlich den turm so hoch habt dann sind das in max 9,6 kilowattstunden speicher den ihr habt den könnt ihr dann weil es vielleicht dann doch ein bisschen hoch wird auch an der wand befestigen also sind wandhalterung dabei könnt ihr mit der wand verschrauben aber den windstoß den möchte ich sehen der das hier mal eben umhaut also das ist wirklich robust da kann man sich drauf setzen also ohne dass ich irgendwie angst haben muss dass hier etwas kaputt geht so viel erstmal dazu also was vielleicht noch wichtig ist garantiezeiten ihr habt auf den anker auf das system zehn jahre garantie und das ist natürlich schon mal sehr sehr beispielhaft kommen wir noch mal zu den solarmodulen jetzt hier auch von anker natürlich als ein set 435 watt hatte ich gesagt eingangsseitig 30 jahre lebenszeit ungefähr sagt man den voraus und hier beträgt die garantiezeit dann sogar 15 jahre sind 435 watt sagte ich schon bifassile glasmodule bifassil heißt sie könnten theoretisch auch von hinten jetzt das licht verwerten verarbeiten bringt jetzt hier an so einer mauer rechts links nichts aber die beiden module an der scheibe da habe ich mir schon gedacht wenn jetzt die sonne von hinten so ein bisschen auf die scheibe trifft und dann zurückgeworfen wird könnte das ja vielleicht helfen das werde ich angucken ich werde euch natürlich da so ein bisschen darüber berichten inwieweit wir da oder ich hier was erzeugt oder eben nicht erzeuge ich bin selber ganz gespannt ja wie gesagt zu dem akku selber ich hatte vor eine kleine flex module hier die hatten in summe 620 watt peak hat den kilowattstunden speicher der leider aber nur zu 50 prozent nutzbar war dann hat er abgegrenzt hier ist es anders anker fährt den akku runter bis auf zehn prozent dann schaltet er ab zehn prozent ist so ein bisschen seine sicherheitsreserven die er haben muss aber zehn prozent sind tatsächlich von 1,6 kilowattstunden kann ich selber ausrechnen also 160 watt die da noch da drinnen wattstunden die da noch drinnen sind so also zehn prozent untergrenze was interessant ist bei anker das ist das da kommen wir gleich zu sobald das update fertig ist dann gucken wir nämlich richtung autarkie und wie kriegt man das jetzt genau hin mit so einer anlage hier so das war es zum thema firma update jetzt auch das gerät neu gestartet jetzt hat er die bildschirmaufnahmen abgesprochen so fertig initialisierung des leistungsmoduleinstellungen wir nennen mein system erstmal schwungvoll und jetzt habt ihr hier oben seht ihr schon da ist das thema eigenverbrauch das was zeige ich euch jetzt hier gibt es nämlich den sogenannten smart meter und der smart meter das ist eigentlich das geniale an diesem system ihr seht also wieder die konfiguration ist sehr schnell abgeschlossen und ihr habt hier jetzt seht ihr genau mein system wie es funktioniert ich zeige euch jetzt aber erst mal das thema smart meter so kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen highlight des ganzen systems und das ist ja das smart meter und gerade für karlauer meter ist das ja eine ideale möglichkeit strom zu messen obwohl ihr den verteilerschrank unten keiner ab wo ihr auch keine internetverbindung habt also ich zum beispiel ich werde zum beispiel gerne kunde geworden bei tippa oder so geht nicht weil unten die smart meter also sind nicht internet fähig die geräte die die strommessgeräte sind keine wirklichen smart meter und ich kann zum beispiel von tippa diesen kleinen adapter dort nicht anschließen weil bis hier oben kommt der stock reicht die internetverbindung nicht also aber es geht halt auch anders und das gucken wir uns mal eben an und das ist wirklich sehr unspektakulär also wie ihr hier seht ist das meine unterverteilung irgendwo hier oben aus der wand da hinten kommt die hauptleitung rein auf der hutschiene habe ich dann den anker smart meter installiert und jetzt seht ihr hier diese dicker dicken dinger hier l1 l2 l3 der hängt halt auf dem l1 auf dem braun l2 schwarz l3 grau die nehmen da die strommenge ganz wichtig achtet dabei dass der pfeil da drauf hier oben der pfeil der muss in richtung wo der strom her kommt zeigen so also wie gesagt die werden ganz normaler reingesteckt und der bekommt sein strom einmal den neutralleiter habt ihr meistens oben eine schiene und dann habe ich hier ganz einfach ich habe hier l1 l2 l3 vom herd und da habe ich l1 l3 weggenommen und angeschlossen und insofern habe ich den mieter hier so in betrieb genommen funktioniert wunderbar das gucken wir uns jetzt mal an in der app wie gesagt platz ist in der kleinsten hütte ich mit das ganze jetzt wieder einmal zu bauen und dann erzähle ich euch wie das ganze nämlich dann richtig funktioniert und das ist schon das kann ich vorwegnehmen schon richtig geil wenn man dann plötzlich weiß was ist denn tatsächlich das stand bei oder der des grundrauschen in eurer wohnung ich habe es ja vorher immer nur geschätzt sagte sogar wird so bei 150 bis 200 watt liegen ob so ist es gucken wir uns jetzt an so meine lieben so einfach geht das tatsächlich so leicht installiert man den smart meter natürlich nur von versierten elektrofachkräften zu erledigen also wenn ihr von sowas keine ahnung habt lasst die hände davon da ist wirklich viel strom drauf und bevor ihr euch da was zerbrutzelt holt da lieber jemanden der ahnung vom fach hat disclaimer ende ansonsten möchte ich mal eben zeigen jetzt inwieweit wir jetzt hier ein ergebnis haben und zwar ach da muss ich mich jetzt erstmal entschuldigen erstmal muss ich natürlich die bildschirmaufnahme starten und dann wollte ich sagen ja leider ging das so schnell mit der situation des mieters dass der dementsprechend ohne bildschirmaufnahme schon drin war und ich habe gesagt den lösche jetzt nicht noch mal raus sprich ihr seht ihn jetzt hier drin da ist der mieter und ja die solarbank selber ist nahezu leer das seht ihr hier und das sind die beiden module die werden gleichzeitig leer gezogen sind beide bei sieben prozent jetzt hier seht ihr auch der stack und dementsprechend ja von oben kommt jetzt nichts mehr das seht ihr jetzt hier also solarbetrieb jetzt hier was noch auf die paneele geht bei untergehender sonne und ich im verschatten jetzt hier selber sind 50 watt mein zuhause zieht gerade noch 147 watt das mag auch daran liegen dass ich eben was gegessen habe musste mal eben eine kleine mittagspause haben wir eine pizza gemacht und der herd da läuft der lüfter jetzt noch nach und normalerweise ist die grundlast in mich das habe ich vorhin schon mal gesehen liegt bei unter 100 watt also gehen da jetzt gerade ungefähr ich sag mal 80 watt die jetzt gerade direkt über den herd noch laufen ansonsten seht jetzt gerade aus der solarbank gehen 100 watt direkt in ins haus rein und vom solarbetrieb kommen 46 sind also diese 100 11 46 147 watt die mein haus gerade verbraucht ich ziehe also nichts aus dem netz und das ist ja genau das was ich haben wollte dass er genau in solchen momenten eben das zieht was ich benötige im rahmen der 800 watt die er raus geben darf wenn jetzt von der herd läuft bei 2500 watt dann ist das ding ratzi ratzi leer deswegen seht ihr jetzt dass er hier auch nur noch bei sieben prozent ist und dementsprechend ja gut habe ich vielleicht nicht clever darüber nachgedacht und mal eben den akku leer gezogen trotzdem seht ihr wie das system funktioniert und selbst jetzt bei so niedrigen akkustand habt ihr die option dass er trotzdem noch zieht das andere andere speicher die vorher hatte der braucht der 50 prozent grundlast das war ein bisschen murks hier könnt ihr runterfahren bis auf fünf prozent was könnt ihr hier einstellen reservierte leistung fünf prozent zehn prozent ist voreingestellt ihr könnt aber auf fünf prozent runtergehen dann sagt er euch dann gleich ja bitte macht das nicht wenn es minus temperaturen gibt weil das dann nicht aufgeladen werden kann das gerät ja also insofern anwenden fünf prozent wir haben gerade keine minus temperaturen muss ich im winter nur dran denken also haben wir sonst auch was dazu wie gesagt das system funktioniert einwandfrei genauso wie es mir vorgestellt habe und ich habe ja mal gesagt ich will unbedingt die grundlast wissen in meinem haus das weiß ich jetzt nicht unter 100 watt wenn jetzt nicht irgendwie der lüfter von dem herd gerade noch nachläuft fazit geiles system ist natürlich und das muss ganz klar sein mit diesen vier modulen ist das nicht das system was jetzt auf dem balkon gehört das gehört dann eher in den garten auf eine terrasse vielleicht auf der garage montiert ja also allein von der größe ist das jetzt hier nicht dass der präzedenzfall den wir hier haben aber auch gerade für mieter wie mich gibt es da jetzt von anker eine andere lösung statt der großen module hier flexible module ja diese module nennen sich fs 20 und sind jetzt von anker ganz neu auf den markt gekommen ja wie ihr hier im zwischenschnitt seht das geht wirklich einfach 4,5 kilo wiegen die module jeweils vier stück an der anzahl 225 peak sind 900 watt peak und die wiegen wirklich nur viereinhalb kilo und werden deswegen tatsächlich auch nur mit konventionellen kabel bindern am balkon montiert durch die flexibilität ist das natürlich gar kein problem das schöne ist einfach dass wenn ihr kein eigentum besitzt sondern zur miete wohnt ihr natürlich hier das ganze set einfach auch wieder demontieren könnt und mitnehmen könnt und in eure neue wohnung einsetzen könnt und wenn ihr es später dann auch irgendwie auf einen wohnmobil setzen wollt könnt ihr selbst das machen die sind halt so flexibel ja ich liebe flexible module ihr wisst es und ich feiere es echt dass anker sowas auch hat wie ich eben schon sagte 15 jahre lebensdauer und 12 jahre hersteller garantie das ist schon eine hausnummer und selbst für das thema mit dem smarten mieter das bei mietern nicht unbedingt eingesetzt werden wird hat anker hier eine lösung mit den smarten steckern vorbereitet die einfach plug and play genutzt werden können und zum beispiel vor euer home entertainment system wie jetzt hier in diesem bild zu sehen gesetzt werden oder aber zum beispiel von den anderen großen verbraucher ich habe dann jetzt hier noch mal den waschtrockner genommen wo ich einfach den smarten stecker vorgesteckt habe und der vorteil ist dann dass sobald hier ein strom an liegt sofort innerhalb von fünf sekunden das ganze angepasst wird wie das dann aussieht das zeige ich euch jetzt mal eben in einem kleinen zwischenschnitt ja und wie das mit diesen smarten steckern funktioniert das seht ihr jetzt hier am rechten bildrand im zwischenschnitt sie werden einfach in euer system mit integriert hier seht ihr die solarbank sowie den wohnzimmer und den waschtrockner als stecker angegeben hat und zu eurer eingestellten ausgangsleistung von zum beispiel 200 watt kann man dann die beiden stecker hinzufügen und sobald dort ein strom an liegt und jetzt im moment liegt hier einen grundstrom von zwei und sechs watt also acht watt an deswegen seht ihr oben rechts dann auch 200 watt 208 watt sorry output insofern sobald dann da ein bisschen mehr strom kommt wird natürlich dieser strom dann herausgegeben und die solarbank ohne mieter gibt den strom ab den ihr mehr verbraucht weil ihr gerade zum beispiel fernsehen gucken wollt also geile lösung oder wenn euch das interessiert aktuell hat anker bis zum 25 august noch eine sonderaktion da könnt ihr bis 700 euro tatsächlich auf vorgefertigte sets sparen mit großen speicher mit großen modulen je nachdem nach gusto was ihr haben wollt gewinnspiele dabei gratis beigaben und so weiter also guckt ruhig mal auf die seite von anker und sucht euch da das zählt raus was euch am meisten gefällt ich kann die solarbank 2 pro nur empfehlen in verbindung mit dem mieter einfach ein geiles system und ich werde euch darüber informieren inwieweit jetzt im sommer noch was an strom erzeugt wird und nicht zu vergessen die 1000 watt aus der steckdose wie oft ich sie brauchen werde nicht als notstrom aggregat oder notstrom situation sondern weil ich überlegt habe wenn es jetzt einen grill gibt einen elektrischen mit 1000 watt maximal dann werde ich mir so ein ding mal an bei einem anlegen und werde mir dann mal gucken wenn so ein akku voll ist am ende des tages mit dem perform modul ob man damit dann auch mal eben 2345 fürstchen grillen kann weil wie geil ist das denn wenn ihr dann wirklich nur mit der sonne aus der energie euer abendessen hier auf so einer terrasse genießt in diesem sinne euch noch einen schönen abend ich werde mir jetzt auch machen und dann demnächst mehr hier auf meinem kanal